So, diesen verkoppelten Finger muss man wahrscheinlich noch mal benutzen, wenn der Kast von dem Dreh. So, yeah, der Kachin over there. I see you, here is your usual. Schlungen Knochen klingeln. Geil. Die sind geil. Und wo ist denn der Kirche in der Mekka? Und wo ist denn der Kirche in der Mekka? Oh. 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 wenn die Erde, und die sehr Gottes, dann sind wir bereit, um die Banner zu erzeugen. Wir, in der Volkane, unter Lord Rikard, haben wir keine Rest, bis es ist. Wenn du diesen Heroic Weg folgst, eine der die Königin mit unseren Championen ist immer ein Geschenk. Es kann nicht sein, wenn du siehst. Sie sehen? Die Frau, Raya. Ja. Wenn sie dann, vielleicht ist es nicht meine Möglichkeit. Aber als ihre adoptive Mutter, ich sage, Lise, ich bin ehrlich zu ihr. Seine Wahrheit verliebt ist die Pürzigkeit ihrer Honestheit. Ich habe es nicht. Lise, seine Wahrheit verliebt ist. Sie sagte das zu dir. Ich sollte es wissen, dass etwas falsch ist. Ok, gut das haben wir. Und zwar haben wir die Quest weitergemacht, indem wir hier in der Kirche den Einschlangen-Typ übersät haben, den Boss. Und dann geht die Quest hier weiter hinaus. Gucken wir jetzt auch nochmal, ob das weitergeht hier. Wenn ich hier kurz hinzugehen. Okay, gut, so, wir gehen jetzt nochmal. Hier haben wir die Switches, ob der noch was sagt. Nope. Wir gehen zu der Mädchen. Yo. Na, das ist nochmal so ein Brief anscheinend, nochmal so weiterhauen muss. Aufgabe, erstmal zu ihr. Hm, okay, jetzt hat sie schon mal gesagt. Jetzt werden wir wieder in den benachbarten Raum mit so einem Schleiß, also Ritter-Brief bieten. So, jetzt können wir uns den Ritten-Brief nochmal machen. So, jetzt muss ich die Anwendung mit dem Namen einziehen. Ja, ausgeschriebenen Flecken, dieser letzte Brief ist blutrot. Do you know how das Ritter's Blut ist? So, der Berggipfel, der Riesenaufzug, die rote Markierung. Okay. Okay. So, jetzt können wir die an.